Robben, prescht da vorbei, diesmal auch Rand Westermann, in der Mitte Klose, und den will er selber machen, und er macht ihn, und er macht ihn, Robben bringt die Bayern in Führung, 112. Minute in der Verlängerung, ich habe es gesagt, wenn hier ein spielentscheidender Moment hineinkommt, dann durch eine Einzelaktion, nicht weil das System überzeugt. Und das macht er überragend, legt sich den Ball vor, wie er es vorhin schon ein, zweimal versucht hat, kommt hier auch noch am letzten Schalker vorbei, und macht das Tor für die Bayern, keine Chance für Manuel Neuer. Auch Moritz schafft es nicht, und Neuer ist sogar noch dran, und das ist der Jubel der Bayern, die ihre Dominanz... Ja. Ja.